ja ich würde sagen damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von trouble in terrorist town auf geht's mit neuen noch mehr rollen hier irgendwie und müssen mal schauen ob das noch mehr von der balance her passt okay die map kennen schon gar nicht hat ja noch gar nicht mehr okay creepy bei mir aufzug geht nicht in der box das war ich lüftungsgelder aufgemacht Okay, vielleicht sterbe ich jetzt gleich mit der shotgun ist nicht schlecht Irgendwie sind gerade zwei gestorben und ich das richtig überblicke, oder? Glück noch, also ich lebe noch. Ich habe hier nur zwei Leute schreien hören. Juki war es nicht. Sätze mit diesen knappen Kisten ja auch sich herum sind aber manche stehen überall Kisten. Irgendjemand hier steht auch ein Weihnachtsmann rum. Weiß aber nicht wer das ist. Ich habe mein Zelt aufgeschlagen. Zelt aufgeschlagen? Das ist schwer da campen. Juki, lebst du noch? Ey Lisa ist ja vorhin drauf gegangen. Das hat man vorhin ziemlich konfirmt. Ja, na dann. Es ist ja nicht logisch, was hier los ist. Klär mich auf. Was ist das? Was ist das? Oh Gott. WTF. WTF. Brauchen wir nicht die Taube? Digga was geht hier ab? mit kurzer erklärung was hier gerade passiert ist da hatte ich jemand als elf mit dem schneeball abgeworfen erklärt immer noch nicht warum ich gerade in eine taube verwandelt wurde mit dem schleichen bist du als vampir bist du da in diesen blattlast modus und okay ist eine taube du bist eine taube okay was passiert dann wenn ich das irgendein ich glaube die es nur zum fortbewegen aber ich bin mir nicht sicher ich habe mich einfach mal selbst gekillt ganz professionell herzlichen glückwunsch sind fünf leute im chat steht das ist ein trader und drei immer sonst dass wir mal ein schick an der einer war hier oder ich habe hier aber jetzt ist es war sehr ich habe hier die die ganze zeit türen auf und zu gehen scheinen zu also was erlaubt jetzt treffen uns alle hier draußen ja auch nicht schlecht dazu richtig ich finde nicht mehr rein ist okay ja hallo vertraut denn hier schon in trump und zu blöd hier runter zu gehen wir schaffen dass du das wieder ich sehe mal die elise die tür zu muss einfach ein ich bin mir mal an rennen im untergrund bunker falls hier irgendeiner von uns beiden nicht mehr spricht was der andere ja das ist ein telefon ja telefon habe ich ja auch schon mal gesehen oh guck mal hier kannst du raus schau mal guck mal da geht es runter kannst du dich hier runter droppen lassen und dann bist du wahrscheinlich versteckt oder tot ah alter okay sorry 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 das war jetzt echt ein missverständnis äh rené ist tot ich habe ihn er ist also ich habe ihn kurz angeschossen und er ist dadurch in den tod gefallen weil er hat mit der shotgun neben mir eine scheibe aufgeschossen ich dachte er würde mich umbringen vielleicht jetzt ein bisschen awkward aber so war es die ist einfach eine riesen untergrundbasis er lebt hier eigentlich noch ich glaube ich leben äh skelett weiche boah jawohl brutal was ist denn der jester was macht der sterben hast du gesagt du lebst noch also du lebst noch ja ach es gibt jetzt den jester ok was ist denn was macht der du musst sterben du musst getötet werden von jemandem der finn müsste dich als jester erkannt haben oder äh ich hab ehrlich gesagt nicht drauf geachtet ich glaube ich bin im finger nicht über den weg gelaufen ich hab wirklich auch kein einziges mal gesehen tatsächlich das stimmt ja ich habe mich einfach nur ein bisschen umgeguckt aber ich laufe immer glaube ich denselben weg hier immer schön im kreis keine ahnung wie ihr in diese untergrundbasis gekommen seid die ist draußen an diesem schneedings ähm wo die autos sind wo wir uns getroffen haben wo wir umdrehen mussten wo René mich reingefunden hat ok ok hast du übel viele traitor-dingen an die du als peer nicht benutzen kannst weil du keine credits sammeln kannst was jetzt Leute ist das ein traitor room da ging gerade die tür zu wer ist in den raum gegangen komm wieder raus ich hab sie gesehen nochmal ging gerade eine tür zu aber ich habe die vorhin schon nicht aufgekriegt und krieg die jetzt auch nicht auf da schweinerei Hallo Finn hier die hier die tür da da die da ja ich glaube das war ein traitor-ding aber ich bin mir nicht sicher es waren so viele sachen als traitor-dinger hier also ok und alle so verdächtig leise seid ihr alles traitor oder was ja natürlich ich bin Juggl 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 oh Katze ich hab keine Zeit oh es hat aus dem Geschoss wow wow hallo René hau ab ist das hier nicht dein Stuhl? setz dich komm ja genau das ist mein Oval Office ey Mr. President ich hau ab ich hau ab ich möchte nicht in einem Raum mit dem Trump sein also was hier liegt ein Geschenk nach oben hat sich die Kiste bewegt Trump for no president komm mal hier rein da 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 wer ist die Kiste? boah ein Troll oder was glaubst du? schieß doch mal drauf ist Milan? hä? ist Milan schon tot? ok es wurde ja noch niemand also niemand gefunden was ist denn das hier? das könnte alles sein tatsächlich er riecht nicht über die Kiste ne hab ich bewegt so wo bin ich denn jetzt? erst mal aufs Klo gehen komm ich aufs Klo ach du scheiße ne ja wie jo aus aus meinem Oval Office ähm ähm also ist jetzt Milan tot oder was? anscheinend hä? im Schuss gehört na fuck ich sterbt ich bin unten in eine Kürze rein gefallen und ich scheiße du gesetzt dich doch erstmal ne lass mal wann warst du so damaged? ich? ja ich hab ehrlich gesagt kein Plastenschimmer bist du vielleicht Vampir? merkst du das nicht? du kriegst nämlich Schaden weil meine Güte ey wie bei M24 wieso bei M24 bei D Hans was? ich weiß nicht wie das passiert ist das ging so schnell wow Schüsse again eh ok fuck da gibt es so viele Türen ich verlaufe mich halt weil die alle Türen gleich aussehen alter ja warum hast du noch wieder mitgekommen? soo also Fan ist auch tot das heißt nur noch Yuki ist im Leben ja nein mal du 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 ich du ... F**k, Alter! Scheiße! Nein! wo verstecke ich mich nicht ich wollte durch die scheibe mit dem sperr das hat nicht ganz funktioniert wenn du tot bist kannst du das habe ich gerne gemacht und das wenn es dann auch da rein gestiegen also das war jetzt meine beste runde ich bin unten wollte ich in den gang reingehen ich bin damals so gezündet witzig da kann man irgendein alle wacht im wachsicht von den trommern diese entwürfe Nö, die geht doch gerne weg. Geht doch voll Enrage, ey. Weißt du, Amerika first. Wenn die ganz Mexikaner rüberkommen, dann muss man schon was machen. Wann hat er? Was zu uns gerade? Ja, Mann. Awkward. Hey, ich hab auch mal ne Waffe. Hey. Schiss Farmers. Heiner mag Farmers. Bruder Prenz. Herr Prenz. Hi. Gott, da vom Schulter Trump. Ey, ich trau dir kein... Trau hier, Trump auch nicht mein eigener Trump. Tolles Geblocke hier. Warte, ich hab ihn auch gefunden. Der Trump. Der darf ich mal einen Trumpf im Ärmel. Ach. Trumpf im Ärmel. Oh, dein Trumpf im Ärmel hierher. Nö, Elisa. Uiuiui. Ui. Was ist hier los? Wenn was geht ab? Wir haben mir das zu einer Pumgern wieder. Da rückt mir schon der gefährlich nahe auf die Pelle. Leben eigentlich auch nur noch? Warte. Äh. Wenn ich das Skleet angucke, dann habe ich einfach einen Grafik-Bug auf der... Äh. Ey, Elisa. Au! Ja. Ich hab's gehört. Sven ist, glaub ich, RIP von Elisa, wenn ich das jetzt richtig gedeutet habe. Sind wir schon unten rein, oder? Ich weiß nicht, wo die rein sind. Auf jeden Fall hab ich's hier nur gehört. Keine Ahnung. Also ich weiß nicht. Na. Hier ist Blut. Hier ist Blut, ja. Ja. Hm. Ach, da wegt sich Bilder, ne? Da ist schon jemand tot, wenn sich das Bild hier bewegt. Das doch, ja. Das hat sich gerade bewegt. Muss ja, ne? Muss ja hier immer tot sein. Geh jetzt niemand drin. Oder ist der Seiche? Ne, das ist nur einfach ein Typ. Ach so. Voll getreut worden. Meine Waffen sind... Meine Waffe ist grad einfach weg. Ich seh sie nicht mehr. Ich hab die Grafik back von dir. Ah fuck. Hast du noch eine? Warte, ich warte. Wo bist du denn? Du hast einfach eine in der Hand. Ja. Ich seh sie nicht mehr. Die hat mich selbst nicht mehr angezeigt. Mila schießt. ich den eclesistrok schießt. Aber ich weiß nicht. Ich mach das geschحتema. Ich denke, wie Ihr seid. Wer liebt jetzt eigentlich noch? Ja, jetzt. Ja, ich bin nicht schnell genug an den Drachenlord in der Kran gekommen. Ich habe auch selbst der mächtige Drachenlord, der nicht mehr geholfen hat. Schlimmste Waffe im Game, ey. Vorsicht, Finn. Wow. Ja, danke, dass du mir das sagst. Ja, ich dachte, ich satze. Ja, danke. Halt, der längst fand ich leben. Wow. Okay. Der Drum geht hier voller. Ja, leider, der Drum wäre fast weggerissen, ja. Die Frage, hab ich herausgefunden, was man jetzt mit den Kisten machen kann, die du als Trader hier öffnen kannst? Oder mit dem Telefon. Nee, da hab ich vorhin auch geguckt, was das sein soll, aber keine Ahnung. Keine Ahnung, ich war hier noch nie Trader. Ich bin die ganze Zeit nur in Nova. Aha. Und eigentlich auch immer tot als lebendig. Oh nein. Boah, Trump ist schon wieder bei mir. Ich würde in eine Weerenfalle reingelaufen. Oh, was ist das? Was ist das? Was ist das? Trump, komm mal mit. Da liegt was. Da unten. Ah, geh vor. Ja, endlich geh da nicht hin, das Leuchter ist da vorher noch nicht da gestanden. Ja, ich. Glaubst du mir nennen, ne? Oh, okay. Okay. Was sind das? Das stand vorher noch nicht da, oder? Das sieht aus wie eine Falle, man. Ich schieß mal drauf. Okay. Das waren wir vorher nicht da, oder? Nee, ne? Fynn, warum bist du verwundet? Weil, wenn wir mich angezündet haben, das war, hier Sven war das, glaube ich. Was? Nee, das kann ja gar nicht sein, weil ich bin ja die ganze Zeit mit René hier. Irgendwie, ja, ich wollte mir eine Waffe aufheben. Achso, du meinst am Anfang. Ja, das stimmt. Ich hab da wirklich eine Granate in den Gang geworfen, in den du reingegangen bist. Ich hab halt nur 26 Leben. Oh. Oh, das Ding ist hochgegangen. Ist das Ding hochgegangen? Okay, aber der Finn ist dran vorbeigelaufen, ohne dass was passiert ist. Ist sehr verdächtig. Sehr verdächtig. Sven macht sich meine Augen schon wieder zu verdächtig, der Rede wird so viel. Das war grad so ein Ding. René, René, du bist mein Zeuge. Bin da reingelaufen, ey. René lebst du lebst noch, naja. Ich lebe noch mit 89 Läufern. Da war irgendein Ding. Und was, das hat er, der Finn nicht getriggert. Ich bleibe jetzt bei René, ich vertraue ihm. Ich schenke dir mein vollstes Vertrauen, Mann. Leben noch alle? Ja, aber ich glaube, Lisa ist gestorben. Ja. Was ist denn das jetzt? Ein Telefon? Okay. Hey, warum ist noch nichts hinter? Alter, René, wie schnell bist du? Das Einzige, dem ich hier vertraue. Du rennst weg. Bist du Junkie oder was? Ich sehe dich nicht mehr. Oh mein Gott, jetzt bin ich wieder alleine. Oh, da ist der Trump. Oh, da ist jemand drin. Vorsicht. Hau ab, hau ab, hau ab. Mach die Tür wieder zu. Lass ihn da drin, lass ihn da drin. Geh mal weiter. Mal, da sind alle hier. Wie, da sind alle hier? Okay. Das Skelett war hier im Gang drin, ey. Okay. Was wird das für dick? Ich muss jetzt nicht einfach mal runter. Da war ich vorhin auch als Trump drin gelegen. No trade around. Einmal frei. Und ich mach mich immer zu verdächtig. Ist klar. Wenn du mir jetzt noch 50% abziehst. Ja, sorry. Ich hab dich aber noch gewarnt. Äh, sorry. Ja. Ja. Jo, dann würde ich sagen, äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, haut rein und tschüss. und bis dann!